Willkommen zurück zu Monster Hunter 3! Ultimate, die Panzer in Battlefield kann man anmalen, wie cool! Okay, nein. Ja? Ja, hab ich gerade gesehen in dem Forum. Panzer in Battlefield 4 kann man anmalen, wassup? Was geht? Was töten wir eigentlich heute? Grüne Nagakuga. Ah, sehr gut. Oder aka Knecht. Aka Knecht. Ich hab ihn gefunden hier, da. Achso, Manu sieht ja keine Vierecke, da war ja was. So, Kreis da, Manu. Achso, er sieht nur Kreise? Ja, was? Was? Hat er mal in irgendeinem Part gesagt, aber scheinbar hat er es schon vergessen. Okay, dann passt das doch. Wer ist in deinem Lager? Ich, ich schlaf. Ich hatte ne Unglückskatze und äh... Die Scheiße, ich hatte gar keine Katze. Miau. Hallo! Ach, der ist das. Hunde sind viel cooler. Kann ich markieren. Nee, irgendwie nicht. Du hast doch selber einen Hund, what the fuck? Ja, wollte ich den, die Mama kam auf einmal damit an. Mit dem Drecksvieh. Der war auf einmal da. Ja, ohne Kack, der war doch auf einmal da. Ja, weiß ich. Und dann hatte Andrea auch einen. Der grüne Nagakuga. Nagakuga unter Art mit geflecktem Fell, das mit dem Grün des Flutwaldes und der Ödnisinsel verschmilzt. Sie ist recht geschickt mit dem Schweif, dessen Stacheln extrem tödlich sein sollen. Okay. Ah, sehr gut. Ich wollte es mal vorgelesen haben. In seiner gewohnten Umgebung. Ich dachte aber jetzt spontan. Kackuga eine große Bedrohung. Scheiße. Aua. Nein, nein, nein. Er will mich, er will mich, er will mich. Also seine Stacheln sind extrem tödlich. Okay. Keine Ahnung, ob die One Hitten. Ich hoffe schon mal nicht. Ich denke mal. Ich hab mal geblockt. So, sag ich mal was trinken hier. So. Aber ich finde aufm DS zu zocken, wenn man nicht dieses Pro-Pad hat, ist das voll scheiße. Das ist unmöglich, what the fuck. Ja, geht aber das ist kacke. Alter, ich wurde zweimal hintereinander weggeschubst und konnte mich nicht einmal bewegen. Oh. Den mag ich nicht. Ich treff den gar nicht. Guck mal, ich bin jetzt tot. Ah. Fuck. Oh shit. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Hallo, Vieh. Gerang ist blöd. Alter, so wenig HP. Manuel vielleicht liegt es nicht an der Rüstung an sich, also an der Eigenschaft, sondern an der Rüstung an sich. Ich hätte Heiltränke mitnehmen sollen. Kann sein, ja ich auch. Vieh, what the fuck. Extrem tödlich, ja wie gesagt. Ich hatte volle HP. Extrem tödlich, oder? Was verstehst du denn unter extrem tödlich? Dass ich nicht gewonnetet werde, what the fuck. Mich hat es nicht gewonnetet, mir hat es nur ein bisschen Schaden gemacht. Oh, warum ist meine Rüstung so schwach? Ich verstehe das nicht. Weil du keine Ahnung hast, what's up. Also von uns wird keiner gewonnetet, wir wurden gerade alle davon getroffen. Komisch. Mein Langweil ist nur. Der gähnt dann immer. Wahrscheinlich hast du mit deiner Rüstung eine Schwäche gegen alle Monster. Genau. Aber dafür hast du lila Schärfe. Stimmt. Wow. Ach du Scheiße. Aua. Der tat jetzt richtig weh. Ja, der haut schon rein, aber. Los, schluck was. Nein, er will mich, er will mich, er will mich. Boah. Jetzt hör mal auf da zu sterben, ey. Habt ihr überhaupt ne Falle mitgenommen, hä? Ich hab ne Falle dabei. Ich hab ne Falle dabei. Ich hab extra keine mitgenommen. Ich hab noch ne Falle Tränke mitgenommen. Ich hab noch ne Falle Tränke mitgenommen. Du hast genauso vergessen, alles mitzunehmen wie ich hier. Stimmt, ja. Ne, aber ich hab alles weggepackt, das war gut. Weißt du, alle gammeln rum vor der Aufnahme und keiner macht was. Was denn los mit euch? Wir wollen einfach nur, dass Dennis seine Fallen verbraucht. Der, der Fallenknecht. Der geht aber auch immer auf mich. Der wechselt dich ab, Manuel, da weiß er schon. Ne, ne, macht er nicht. Komisch. Was ist denn das? Alter. Ihr müsst mal, ihr müsst mal drauf achten, wie der nur auf mich geht. Kannst du mal im Lager bleiben, bitte? Ja, bleib ich jetzt auch, ey. Ich geh mal pennen. Ja. Äh, es hat ja übrigens einer unter den letzten Parts einen Toll-Discounter gepostet. Habt ihr den gesehen? Echt? Ne. Cool. Und? Wie viel denn? Manu war 35 Mal verreckt, äh, Peter 22 Mal und ich 17 Mal. Haha. Aha. Ja, aber ich hab auch anscheinend immer die sehr schwache Rüstung, ne? Ja. Oh, er ist bei mir. Immer die anderen, ne? Ne, immer die Rüstung. Ich hab gar keinen Wettstand. Oh, cool, ne? Hallo Leute, er ist bei mir. Willst du ne Maxi? Maxi trank? Alter, bringt mir nix. Ich hab erstmal einen halben Roman. Was, der Maxi trank? Erhört dein Leben wieder aufs maximale. Achso. Ne, 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 ne. Ich dachte jetzt gerade, er bufft mich. Sozusagen. Das ist doch nicht normal. Geh raus. Ja, geh ich jetzt auch. Ne, ne, da bringt mir nix. Wie gesagt, das, ich bin ja nur nicht. Vor allem mit blauer Schärfe treffe ich dir noch niemals mehr richtig. Ah, zumindest am Flügel. Komm her, du sauer. Ist hier schön. Es könnte an der Tatsache liegen, Peter, dass deine Flügel aus Stahl sind. Ah ja, stimmt. Wird er nicht durchkommen. Ich hab doch ein Plasma-Schwert. Na. Oh, fuck. Genau, so ein Plasma-Cutter-Schwert. Geblockt, Mann. So ein neues Fallout wär schon schön. Hab ich ja bei der E3 gedacht. Bei, da war ja so ein Trailer von Mad Max oder so. Da haben alle Fallout gedacht. Aha. Und dann Mad Max. Was ist das? Vielleicht machen die auch ein Fallout. Was ist das denn? Aber Mad Max ist scheinbar irgendein Franchise, der bekannt ist in irgendeiner Hinsicht. Mad Max ist ein Film. Das war ein Film. Ja, gut. Kinofilm. Vierteiler. Mit Tina Turner und Mel Gibson. Und Mad Max. Wie alt ist der denn? Alt. Ja, so klingt er auch. War trotzdem cool eigentlich. Für früher. Worum geht's da? Weiß ich ja wenigstens, was mich in dem Spiel erwartet. Ach, um den Max. Leider weiß ich das gar nicht mehr. Ich hab die Teile alle gesehen. Oder war ich klein. Genau. Ich bin nur die Namen auswendig. Mad Max und die Donnerkoppel. Ich glaub, das ist eine postapokalyptische, also wie bei Fallout im Grunde. Aber da haben die auch Autos und so. Wie bei 10.000 anderen Spielen. Ja, aber Autos haben natürlich auch eine große Rolle gespielt. So zum Fahren weißt du? Noll. Ah, Autos? Bäm. Brumm, Brumm. Der hat mich fast mit seinem Scheißkocke. Manu, hau ab. Wo bist du denn? Guck mal, er gammelt hier ab und ärzt oder was? Hä? Ich hab gehauen. Ich hab gehauen. Ich hab gehauen. Ich bleib da jetzt echt weg. Das macht keinen Sinn. Wenn ihr jetzt sterben, ist es vorbei. Ja, und dann krieg ich 8 Tränke von dir. Also ich hab minus 20 Wasser, minus 35 Drache und minus 10 Donner. Und dann ist das ein Donnerdrache wahrscheinlich. Der Wasserangriff. Ein Donnerdrache mit Wasser. Ja, der war krass. Momentan trifft aber wieder weniger. Gott sei Dank. Ich hab nämlich keine Halttränke mehr. Ja, wo ist er denn? Ich hab nur noch den Maxi-Trank. Aber den jetzt nehmen wir auch dumm. Was kann denn die Maxi dafür? Ja. Oh, diese Kackflügel, ne? Habt ihr den jetzt mal tot, ey? Was hat die ihn verlassen? Die sind so hart. Komm hier. Alter, wie er an uns abgeprallt ist. Ach, der Kopf. Oh, schade. Oh, fuck. Oh, Mist. Ich hab noch eine grüne Waffenschärfe. Ich merk aber keinen Unterschied zum anderen Nagakuga. So ein bisschen. Also nicht wirklich. Also vom Schaden, ja. Aber... Au, aua, aua, aua. Und sonst haben die anderen Farben ja wenigstens irgendwas anders gemacht. Nagakuga aus. Oh, man kann ihn fangen oder hab da nur eine Falle eingestellt oder nur gebungen. Ich weiß es nicht. Oh, Dennis hat ihn eingestellt. Wahrscheinlich, weil er saubert. Weil er schließlich bewegt. Nagakuga. Nee, jetzt muss er auch wieder seine Pause machen. Ich will ihn so auf den Sack. Er kommt. Jetzt kommt. Nein, er flankiert uns. Ich will mich verarschen. Ah, jetzt ist er drin. Okay, ich geh auf den Schweif. Ist ab. Ja, toll. Wieder aus der Flange. Falle raus. Ich will auch mitspielen. Was machst du denn? Ja, ich bin weg. Ich bin one-hit. Was los? Wenn du mir einen Maxi trank und mir mach mit. Ja, für die war AP. Ja, dann könntest du wenigstens helfen. Okay, verschwinde ich halt seinen Maxi-Trank. Schon wieder mal abgefeist. Ja, der Hammer hier. Wir machen ja voll kaputt. Wenn der jetzt nicht humpelt, ne? Wenn ich jetzt sterbe, dann bist du aber schuld. Sargent humpelt. Es bufft ja doch die HP ganz wieder voll, als wenn er gebufft wärst. Ja, hab ich doch gesagt. Nein, du hast nur gesagt, mach die HP voll. Nein, ich hab gesagt, der bufft die HP auf Maxi-Mal. Nein. Ob der, dass der heilt, wusste ich nicht mal. Aua. Was? Ich bin mir nicht sicher, ob der bufft. Wusstest du, dass er das Leben auf Maxi-Mal macht? War er gerade in der Falle? Ja. Ja. Einen Schlag lang. Ja, weil ich dann direkt seinen Schwanz abgetrennt hab mit dem Einen Schlag. So, das sind ja gelacht. Jetzt verstehe ich den Gag. Ja, cool, oder? Ja, voll geil. Oh, fuck. Du willst mich nicht hauen. Ach du Scheiß, ich muss hier weg. Nein. 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 Du, 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 du. Nein. Da, da, da. Meiner Knie am Wasserfall. Quest nicht erfüllt. Oh, er will mich essen. Oh. Oh. Das ist aber ärgerlich. Monster müsste jetzt dann diese Menschenhelden-Pose machen, immer wenn man gewonnen hat. Steht er da so, geschafft. Fortschritt speichern. Ja, dann bereite ich mich mal auf den nächsten Kampf vor und dann ist der Part schon fast um. Okay. Juhu. Jetzt hat halt nur ein kurzer Part. Aber da können wir mal sehen, was ich alles in der Truhe habe. Ah, hier muss man dran. Oh Mist, ich habe noch ganz viele Ärzte hier. Meine Truhe ist fast voll. So, nehm doch mal eine Falle mit. Das wäre doch mal was Tolles. Ich hatte eine mit. Wer hatte keine mit? Wer hatte keine mit? Ja. Ich weiß nicht. Der Manuel. Ja, wer hatte denn keine mit, hä? So, Wettsteine hatte ich nicht mit. Ich hatte nicht mal Heiltränke mit und ich bin nicht mal gestorben, ja. Ja, what the fuck da. Ich heiß ja nicht German Let's Play und verreckt. Wie viel Rüstung hast du, Manu? Ja. German Let's Die. Guck mal nach. Oder Death? Egal. Der wäre nur Scheiße zu essen. Äh. 576 mehr als du, soweit ich weiß. Ja, ich habe 533. Sorry doch. Hui. Aber es ist echt merkwürdig, dass das jetzt bei jedem Gegner war. Haben die denn alle Drache oder wat? Haben die alle Drache? Ne. Und wir uns sagen, dass es die meisten... Ne, Dracheangriff ist eigentlich dieses rote, dieses rot-schwarz-leuchtende. Ja, aber wenn sie allgemein Drache sind, ist das auch. Dat isch lecker. Nicht unbedingt. Aber ob das ein Drache ist? Ich meine, das kann ja in gewisser Weise auch... Ne, ganz nicht. Doch wohl. Ach, keine Ahnung. Dat isch super lecker. Welche Quest war das? Mit Nagahika-Glocka. Mit dem grünen Nagahku-Gehalt. So, ich verstärke jetzt mal meine Verteidigung. Da war er. Und meine... Manuel verstärkt seine Verteidigung. Was up? Was up? Oh, ich habe einen Gutschein. Hui. Wie die alle am Fressen sind hier. Ich habe schon fertig gegessen. Ich habe die Quest angenommen. Ich bin bei dem Dönermann mal gewesen. Irgendwas mitnehmen. Betäubungsbomben kann ich nochmal mitnehmen. So, ich hätte gerne einen, der die ganze Zeit draufballert. So, das versuchen wir dann halt nochmal. Aber erst im nächsten Part. Tschö. Tschüss. Tschüss. Tschüss.